Was ist die Frage, die Menschen in Lebensgefahr sind? Wenn Europa Grenzen und Häfen schließt vor Menschen, die in Lebensgefahr sind, dann stellt sich diese Frage eine ganze Vehemenz dar. Es geht aber nicht darum, sofort und schnell eine Antwort darauf zu finden, sondern zunächst die Frage zu verstehen, aus welcher Perspektive sie gestellt wird und welches Potenzial in dieser Frage steckt. Mit diesen Fragen kann sowohl Migration als auch Menschenrecht breiter und komplexer gedacht werden. Wir denken, dass wir sofort wissen, was Menschenrecht und Migration sind, aber wenn wir darüber nachdenken, stellen wir fest, dass es alles nicht so einfach ist. Menschenrechten haben verschiedene Dimensionen, eine rechtliche, eine moralische, eine politische. Sie sind Ansprüche, sie sind aber auch kodifizierte Rechte. Sie müssen aber auch Instrumente der Infragestellung von Diskriminierungsprozessen und Ausschlussmechanismen sein. Und Migration, es ist auch nicht nur das Betreten einer Grenzen. Migration ist, von Migration ist unsere ganze Gesellschaft geprägt. Migration ist ein transformativer gesellschaftlicher Prozess, der unsere Gesellschaft prägt und grundlegend prägt. Ja, weil die Frage suggeriert, dass wir bestimmte Glauben, insbesondere an eine individuelle oder staatliche Souveränität, damit in Fragen stellen. Die Frage suggeriert auch, dass wir nicht mehr unterscheiden zwischen freiwilliger und erzwungener Migration oder Arbeitsmigration und Flucht und so weiter, sondern dass wir Migration wirklich einen sehr normalen Prozess unserer Gesellschaft wahrnehmen, dass wir, dass es eminent ein menschliches Recht oder eine Freiheit darstellt, seit immer. Also Menschen verstehen sich immer als frei, wenn sie sich bewegen können. Und daher ist diese Frage so schwierig, auch aus einer linken Perspektive, aus einer liberalen Perspektive, weil diese Idee der individuellen, souveränen, also individuellen und staatlichen Souveränität damit gesprengt wird. Wir verstehen damit, dass Migration und Alterität, das Offensein für andere auf andere, eher das ist, was unser menschliches Leben charakterisiert und nicht die Selbstbestimmung, die Abgrenzung von anderen.